24. Mai 2000. 22 Urtica, Dioica, Maserat. Für was haben wir das vorbereitet? Für unsere Palme, die von Ameisenheim gesucht wird. Was machen wir da? Stellen wir einfach rein und lassen mal die Ameisen raus. In der Zwischenzeit können wir die Palmenpflanzen auszupfen. An den Berghaut. Vorsichtig. An den Mal. So ein stark verwachsen. Auf der anderen Seite. Nehmen wir unser Hauswurz. Tja. Rausziehen müssen. So schlimm war es gar nicht. Die Wurzel. An unserem Beigraut, was auch immer das ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr die Pflanze kennt. Ich kann die leider nicht. Wunderschön. Und jetzt ist sie hier raus. Jetzt machen wir das gleiche. Im lockeren Substrat kriegt man die auch ganz anständig raus. Grün auch nichts. Wir können sie noch warmpflanzen. Drinnen lassen wir unsere Semper vivum. Unsere Hauswurzel. Da haben wir eine Wurzel. Ein bisschen Gras. Das brauchen wir nicht. Unser Trachycapus fortunae. Forma fabinerianus.